So, heute schauen wir uns Konunrum an, bei Indogame, also ist das kein Spiel, das ist Konunrum. So, würde ich mal sagen, wir gehen einfach auf Play und schauen, was uns erwartet. Ich möchte aber nicht, ich bin kein Testobjekt, ich will nicht, aber wir müssen. Ah, die Zahnräder, die können auch jumpen. Well, let's see if you have the prerequisites. Jump over that box. Wir tropfen rein, mach mal was. Ich bin hier raus, Freiheit. Verdammt, wir können nicht hoch genug springen. Okay, das ist fertig. Geh zur nächsten Runde. Ah. Ich habe ihn zu lösen. Es geht gut, keep going. Okay. Um. Wir haben zwei. Das war. aber die blätter die blätter ich will nicht gebrutzelt werden so, das ist hier der spaßige Abteil, ich sehe schon so, das ist sehr einladend sehr einladend hier hinten und hier ist es umgesehen ein Suchspiel hinter Gittern ehm hey ich weiß mehr zu helfen you seem to be smarter than nozus ich weiß nicht ich weiß nicht da hat ein bisschen was von portal muss ich mal so sagen ein billiges portal aber ein bisschen muss weg nach draußen finden hier geht es doch nicht raus jetzt ist hier raus ja moment ist ja schon gut wenn ein gutes getestet ob wir also schwimmen können wir wahrscheinlich nicht das kommt sogar wieder da hinten ist so eine kiste da werden wir nicht mehr das wasser ablassen müssen ja Ok. Hier Ronimo hat jetzt nicht so geklappt. Muss vielleicht doch schwimmen. Ich bin mir nicht sicher. Ein Apfel oder so. Ein Apfelsender oben. Könnte es sein, dass die Kiste schwimmt? Äh, hell. Hier ist er sonst nicht. Ok. Wie erwartet. Moment. Hier bleibt das Wasser aber da. Ähm. Das möchte ich jetzt wissen. Schwimmt die Kiste oder schwimmt sie nicht? Ok. Klappt nicht. Aber wir können auch nicht, ja wir können jumpen und alles, aber wir können nicht sprinten. Also. Einen Doppelsprung haben wir auch nicht. Ich mach hier einfach. Nein. Nein. Das ist zu weit. Ähm. Wurde das hier nicht richtig getestet oder übersehe ich was? Ich bin mir jetzt so ein bisschen unsicher wo der Fehler liegt, ob der jetzt bei mir liegt oder dass es zum Spiel ein Fehler ist. Wie gesagt, wir können nicht springen. Also so ein einer Ding schaffen wir. Also so gesehen eine Platte hier. das sind hier zwei platten also ist das eigentlich nicht zu schaffen wir können um die ecke jump ich bin noch ein bisschen glaubt das ist ja also von einer seite ging es irgendwie besser was klappt ja 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 Verdammt. Also die Vögelgezwitscher ist zwar ganz nett ab und so, aber... Du kriegst mir kein Glück. Ach, Mist. Das ist wirklich ein bisschen. Ich verstehe aber, warum man nicht auf Wasser ablässt. Ich dachte, dass davor war der harteste Test. Ich kann hier kein Wasser ablassen, oder? Warum ist der Test so hart, wenn ich hier einfach... Oh nein, Test Piraten. Bingo. Ich kann das hier nicht einfach mitnehmen. Das ist der harte Test. Ach. Wie ist da so ein... ich habe mir das echte Ding. Jawohl. Ähm. Äh, ich bin hier hin. Okay. Jetzt ist halt die Sache. Ich bin mir nicht sicher. Aber das soll der schwerste Test sein. Das ist halt ein Rätsel. Das ist halt ein Fehler. Das wurde nicht so ordentlich gearbeitet, aber ansonsten. Das ist halt so hoch. Ich komme ja eh nur ohne Kiste da rein. Noch nur ohne Kiste hier raus. Das ist halt ein Rätsel. Ähm, Schritt und so. Oh! Ähm. Ja. Ja. Ich sehe etwas, nur weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Oh, hier ist es ja aufgegangen. Ähm. Ja, okay, ich bin jetzt in der Ehe in der Sack, jetzt. So, hier in der Sack, der sie jetzt klicken. So, hier hoch, hier rüber, hier runter. Und den Schalter. Okay, der Schalter bringt nur etwas. Ja, ich bin jetzt in der Sack, jetzt in der Sack. Ich bin jetzt in der Sack, jetzt in der Sack, jetzt in der Sack, jetzt in der Sack. Ähm. Ich habe da so eine Idee. Okay. Könnte es sein. Ähm. Warum ist jetzt? Warum ist jetzt? Ich habe das erst gesehen. Mal probieren. Das war eine Idee. Das war eine Idee. Das war eine Idee. Das war gerade auf. Nein. Gerade ist auf. Oh ne, hier geht's nicht. Der Level ist dann doch schwerer als ich das habe. Gießt man, Aktion, Return. Okay, mehr gibt's da auch nicht. Hier ist ja offen. Wenn wir das Wasser ablassen, können wir jetzt sicher lang, aber... ...fällt hier zu. Wahrscheinlich ist hier wichtig. Ich finde mich wichtig, weil es schädlich war. Da habe ich das Gefühl, das Spiel uns ärgern will. Da ändert sich ja hier was. Ne, nur da. Oh, hier ist das offen. Hier brauchen wir hier die Kiste. So eine Kiste klappt. Aber dann ist hier zu. Also bauen wir ja die Kiste von hier hin. Sonst kann man ja hier nicht hin. Fangen wir wohl oder übel. Müssen wir jetzt nicht hier lassen? Das sehen wir jetzt hier auch nicht raus. Aber jetzt ist hier offen und den können wir zumindest betätigen. Den können wir mitnehmen. Was soll man jetzt hier mit? Okay, also durchstehen können wir den hier eigentlich. Wurde also auch dran gedacht. Wurde also auch dran gedacht. Wenn wir... Ne. Ich will das Spiel ein bisschen ärgern. Oh nein. Funktioniert nicht. Moment. Verdammt. Wir sind das. Wir sind das. Jetzt... Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war so klar. Der Ende? Es scheint, dass da etwas anderes ist. Da ist 5. Hier verunlockt die Glitchi Drive. Press Tab. Glitchi Drive? AS5, was soll AS5 bedeuten? Okay. Sieht anders aus. Archivement. Starting Point. As5. Wenn wir den AS5 verstehe ich das noch nicht. Ich werde das nicht schaden. Das weg. Wenn das nicht so fällt, das wäre das nicht so schwer. Wenn das nicht besser, das siehst an. Ich werde das nicht mehr schaden, was ich mit den Baumann verliehen. Das ist das nicht so schön. Es muss ich zählen schaden. Es muss ich hinbewerben, dass es nicht so gehört ist. Es muss ich nicht so schön gehen. Es muss es nicht so schön gehen. Es muss ich nicht sozen. Wenn das nicht so schön ist, ist es ein kleiner Objektath. Na ja, schauen wir, ob Sie die Prerokuzette haben. Schrauben über die Box.